hallo liebe schütze geborenen und schütze ascendenten ganz herzlich willkommen zum jahres horoskop 2017 liebe und leben im jahr der sonne mein name ist antonia langsdorf und ich bin eure astrologin und möchte euch durch die konstellation des jahres führen ja es wird ein heißes jahr wenn ihr single seid und frei zu tun und zu lassen was ihr wollt tolle liebes abenteuer und erotische experimente stehen in den sternen neue beziehungen sind spannend und spontan und begeistern euch aber ihr tut euch schwer mit alteingesessenen beziehungen und wenn es ernst wird liierte schützen könnten sich in ihren beziehungen eingeengt fühlen und unverstanden oder sie müssen ganz viel verantwortung übernehmen was nun auch nicht immer so einfach ist aber dieses jahr noch und dann wird es leichter und warum das so ist das zeigen euch die wichtigsten konstellationen des jahres zuvor aber noch ein hinweis ich habe mir zur zum jahres horoskop eine verlosung überlegt also bleibt dran mehr dazu am ende des videos nun zu euren wichtigsten konstellationen 2017 da wäre natürlich als erstes euer herrscherplanet glücksplanet jupiter der steht weiterhin in einem positiven aspekt für die schütze geborenen hier in eurem elften haus der freundschaft im guten aspekt zur schützesonne und das noch bis zum 9 oktober und das spüren dieses jahr ganz besonders diejenigen die zwischen dem 5 und dem 21 dezember geburtstag haben das bedeutet ihr habt spaß mit freunden ihr findet neue beziehungen durch oder über eure freunde ihr werdet unterstützt vielleicht auch das thema friends with benefits wenn ihr für sowas offen seid also vielleicht mal mit einem freund in die kiste steigen wenn sie es gut ergibt und außerdem wenn ihr in einer beziehung seid habt ihr als paar eine gute außenwirkung und habt gemeinsam viel freude in eurem freundeskreis ja besonders wichtig für die schütze geborene ist auch dieses jahr noch die konjunktion mit saturn der weiterhin im schützen steht und zwar noch dieses jahr bis zum 19 dezember und das bedeutet geduld und ausdauer sind trumpf für euch saturn will euch zur meisterschaft führen und dieser weg ist leider oft steinig also akzeptiert dass eure vorhaben vielleicht länger dauern und viel arbeit erfordern ob in der liebe oder im job aber was ihr erreicht das hat lange bestand in beziehungen kann die steinigkeit von saturn bedeuten dass alle ständig etwas von euch wollen und ihr das gefühl hat nicht mehr über euch selbst bestimmen zu können vor allen dingen nicht über eure zeit alle wollen was die kollegen die familienmitglieder der eigene partner ständig ergeben sich verpflichtungen und ihr müsst verantwortung übernehmen ob ihr gerade wollt oder nicht das nervt aber es hilft nichts da müsst ihr durch wenn ihr zu diesen beziehungen stehen wollt bei manchen schützen die ja jetzt auch diese sexy konstellation mit uranus hier haben uranus ist der aufreger planet und der steht bei euch im haus der romanzen und der sexualität also daher auch diese experimentierfreude und alles kann das dann dazu führen dass sie sich andere affären suchen weil die ihnen mehr freude und freiheit versprechen ich denke da auch an brad pitt der hatte diese konstellation 2016 schon und ich glaube der stand ja in seiner beziehung mit angelina jolie ziemlich unter druck und von dem werden wir sicherlich auch 2017 noch einiges hören weil der einige konstellationen dann auch auf seiner sonne stehen hat er hat dann auch saturn auf der sonne da könnt ihr ja mal hingucken wenn ihr selber betroffen seid wie es ihm so ergeht und vielleicht hat er eben wirklich was mit der schauspielkollegin marion gutti ja weil ich glaube ja dass angelina jolie sich in der beziehung nicht genug um ihn gekümmert hat naja aber das ist nun was anderes wenn es bei euch in der beziehung wackeln sollte kann es eben auch zur trennung kommen denn saturn ist der planet der konsequenzen wenn ihr es nicht mehr aushaltet aber euren partner trotzdem noch liebt dann kann eine trennung auf zeit helfen denn dann könnt ihr euch vielleicht bewusst werden wie sehr ihr euch doch vermisst und dann seid ihr froh wenn ihr wieder zusammen kommt oder er erkennt was ihr an dem anderen habt vielleicht ist das aber auch eine zeit die euch dann zeigt dass es besser wäre sich endgültig zu trennen aber ich würde es zumindest erst noch mal versuchen ideal wäre es wenn es euch gelingt trotz dieser ganzen verpflichtungen und dieser dieser schwere die saturn mit reinbringt kreativ zu bleiben und euren schatz trotz allem immer wieder zu verführen immerhin steht saturn in einem guten aspekt hier zu uranus das heißt also wenn ihr da eure kreativität spielen lasst auch eben beim sex und beim experimentieren dann kann das letztlich auch zu guten ergebnissen führen also sollte natürlich eben nicht außerhalb der beziehung sein sondern schon mit dem eigenen partner außerdem habt ihr auch unterstützung durch gute freunde und weil nämlich der glücksplanet im haus der freundschaften steht und ihr könnt davon ausgehen dass wenn ihr in der krise seid ihr von daher hilfe bekommt und auch unternehmungen mit freunden auch wenn ihr ein paar seid mit gemeinsamen freunden kann da ausgleich schaffen dass man selbst wenn man sich vielleicht ein bisschen auf die nerven geht aber wenn man dann wieder was unternimmt mit den leuten die euch als paar gut finden und mögen dann hat bekommt ihr vielleicht auch wieder mehr spaß aneinander jedenfalls wenn ihr diese krisen und einschränkungen übersteht dann wisst ihr dass eure beziehung bestand hat ihr habt dann bewiesen dass man sich auf euch verlassen kann und könnt stolz auf euch sein ja und haltet deswegen durch denn dezember habt ihr es ausgestanden dann geht saturn ins zeichen steinbock den saturn auf der sonne haben 2017 diejenigen die zwischen dem 12 und 21 dezember geburtstag haben aber ich nehme an auch viele andere schützen werden das noch weiterhin spüren aber viele von denen die im außerhalb dieser zeit geburtstag haben merken jetzt vielleicht auch schon wie das wieder druck allmählich nachlässt praktisch gleichzeitig mit dieser saturn konstellation habt ihr eben diese schöne konstellation mit uranus der einem günstigen aspekt zur schützesonne geht und auch günstig zu dem saturn steht und gleichzeitig hier eben jupiter der auch günstig zur schützesonne steht und der ja euer herrscher ist und das ist natürlich heiß wenn ihr frei seid ja erotische abenteuer experimente mit multiplen beziehungen friends mit benefits wenn ihr beziehungsmäßig frei seid habt ihr alle möglichkeiten das so richtig auszukosten da ergeben sich nämlich dann die interessantesten unkonventionellen begegnungen falls ihr beruflich sehr unter druck steht helfen solche abenteuer euch vielleicht ein bisschen auf andere gedanken zu kommen und eure sorgen zu vergessen denn das ist halt auch saturn dass man sorgen hat wegen allem möglichen liierte schützen die jetzt aus versehen in eine affäre geraten sollten auch nicht gleich panik haben denn vielleicht dank der guten aspekte zu saturn hilft diese affäre sogar letztendlich die beziehung zu stabilisieren das gibt es ja auch dass man sich dann dass man dann zwar auf abwege gerät aber dadurch daneben erst erkennt was man am partner hat und trotzdem vielleicht mal ein bisschen spannung abbauen konnte da ist es dann aber eventuell anzuraten dass man es dem partner vielleicht nicht sagt wenn es nicht wichtig war weil ihr neigt ja manchmal zur brutalen ehrlichkeit da muss man ein bisschen vorsichtig sein genau ja also dieser aspekt wirkt auch fast zeitgleich nämlich auf die geburtstagskinder vom 11 bis 20 dezember wie gesagt auch die anderen schützen die jetzt in der zeit nicht geburtstag haben können davon betroffen sein wenn zum beispiel andere planeten in diesen geraden stehen dafür müsst ihr dann allerdings mal ein persönliches horoskop euch erstellen lassen um das herauszufinden dann gibt es noch ist auch sehr wichtig das quadrat zu neptun das ist ein bisschen eine schwierige beziehung beziehung schwierige konstellation auch für beziehungen genau da seid ihr dann vielleicht ganz groß im flirten und wirkt auch sehr fasziniert auf andere aber das kann den ziemlich dubiosen abenteuern enden vielleicht findet ihr euch in einer dreiecksbeziehung wieder die ihr gar nicht wolltet oder habt ihr vielleicht selbst ein geheimnis hier hilft nur offenheit und ehrlichkeit alles kann nichts muss das ist fein solange jeder weiß woran er ist dann könnt ihr intelligente und erwachsene entscheidungen treffen wenn heimlichkeiten bestehen kommen die sowieso heraus und dann ist das vertrauen futsch und die magie dahin also es bringt da gar nichts die dinge zu verheimlichen dann ist ja so dass der neptun im vierten sonnenhaus steht oder eben für die schütze aszendenten auch wirklich im vierten haus der familie und das kann natürlich auch bedeuten dass es probleme mit familienmitgliedern gibt die vielleicht etwas verheimlichen oder auch hilfe brauchen neptun ist ja auch der planet der hilfe dass sie unterstützung brauchen und dass ihr dann dadurch auch gefordert seid da müsst ihr dann mal schauen ob das auf euch zutrifft genau und diesen aspekt haben jetzt exakt auf der sonne im jahr 2017 diejenigen die zwischen dem 2. und dem 6. Dezember Geburtstag haben und dann gibt es noch eine ganz wichtige konstellation die stelle ich jetzt hier schon mal ein damit ihr das sehen könnt und zwar im februar rund um valentinstag genau noch mal am 15. februar da geht nämlich die wilde lilith ins zeichenschütze und das ist sicherlich auch für die schütze geborene noch wichtig zu wissen denn lilith beeinflusst auch das verhalten wie man sich in einer partnerschaft verhält lilith ist ein faktor dafür dass man sehr kreativ sein möchte dass man die dinge die einem vom am herzen legen ausleben möchte dass man auch wirklich sehr kreativ wird dass man vielleicht auch so seine inneren instinkte entdeckt und auch dass sachen die man so verdrängt hat die wollen angeschaut werden und auch dann liebevoll angenommen werden und je nachdem kann es eben passieren dass auch durch beziehungen solche sachen dann hoch kommen es kann auch bedeuten dass ihr eine besonders faszinierende ausstrahlung entwickelt und aber vielleicht auch auf andere provozierend wirkt ohne dass ihr das recht wollt da müsst ihr dann mal anfangen darauf zu achten wenn dieser aspekt wirksam wirkt es wird auf jeden fall eure kreativität verstärken und die lilith läuft dann durch die erste dekade schütze von mitte februar bis mitte mai dann durch die zweite dekade von mitte mai bis mitte august und durch die dritte dekade von mitte august bis zum 9 november also achtet da mal drauf aber ich werde natürlich dann auch in meinen monatshoroskopen noch näher darauf eingehen wenn sie dann in der dritten dekade auch zusammen mit saturn steht das werden diejenigen vielleicht merken dann werden die sehr kompromisslos lilith saturn ist eine sehr kompromisslose haltung in den dingen die man jetzt durchziehen will also auch für die karriere das kann unter umständen dann auch zur belastung für die partnerschaft werden ist also sehr komplexer einfluss der dieses jahr für euch spannend wird und den ihr im auge behalten solltet wie gesagt gehe ich dann aber auch noch näher darauf ein ach genau das sind wichtig bei der lilith ist auch wenn die im schützen steht dann verstärkt sich das bedürfnis nach gerechtigkeit also schütze ist ja sowieso das gerechtigkeitszeichen also ihr kennt das ja auch ihr kämpft ja auch gerne für eine bessere welt und bei lilith wird das dann eben auch besonders extrem dass ihr euch vielleicht einsetzen wollt für minderheiten die benachteiligt sind oder dass ihr das unerträglich findet ungerechtigkeiten unerträglich findet dann könnt ihr ja vielleicht auch schon mal gleich in euren partnerschaften damit anfangen und einfach persönlich darauf achten dass die zuneigung und die aufmerksamkeit zum beispiel gerecht verteilt ist oder vielleicht euch eben für euren partner oder partnerin einsetzen das werdet ihr vielleicht auch spüren durch die lilith genau ja also das sind die wichtigsten konstellation mit den etwas langsameren planeten und faktoren und jetzt möchte ich noch die besonders schönen zeiten mit der venus für euch euch zeigen und zwar am dritten februar also kurz bevor die lilith in euer zeichen geht geht dann die venus ins zeichen wieder das ist bei euch im fünften haus das durfte also die lebensfreude und die lust am experimentieren und der spaß am sex im freien und solche sachen da steht alles unter guten sterne ist auch noch der mars dabei ist sicherlich eine sehr sehr heiße phase für euch vor allen dingen auch die singles die möchten dann gerne experimentieren und in dieser phase und das bei euch eben im haus der romanzen und lebensfreude wird die venus dann rückläufig guckt euch dazu bitte auch noch mal die kosmische schwingung ein da gehe ich dann genauer darauf ein was das bedeutet für beziehungen das kann eben auch bedeuten dass so eine bei euch jetzt da so eine nummer ganz 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 heiß anfängt und auch noch heiß weiter läuft so etwa bis bis zum anfang april dann läuft die venus zurück in den fischen und läuft dann ins quadrat zu saturn das bedeutet es könnte sich herausstellen dass das jetzt vielleicht doch nicht so toll war wie ihr anfangs dachtet und für euch ist das vielleicht auch sehr interessant wie gesagt ich erkläre es in der kosmischen schwingung dass wir aber da die chance bekommen was dran zu tun indem wir alte verhaltensmuster in der liebe überwinden das ist eigentlich die botschaft von dieser konstellation und für euch euch betrifft das eben auch aber jetzt vor allen dingen im bereich der romanzen und affären es kann auch sein dass jemand mit dem ihr eine affäre hat wieder auftaucht oder ihr das bedürfnis habt bei euch bei so jemanden wieder zu melden so sachen aus der vergangenheit alte lieben das kann alles in diese phase fallen trotzdem ist es natürlich gut für euch dass die venus da die ganze zeit steht denn sie steht dann auch noch wieder ab dem moment läuft ja aber jetzt habe ich zu weit zurück genau ab dem 28 4 steht sie dann auch noch mal wieder bei euch im fünften haus und bleibt dann dort stehen im vorwärtsgang wieder bis zum fünften juni und das ist natürlich sehr schön das heißt insgesamt habt ihr eine lange venusphase von februar bis juni mit dieser pause wo ihr liebes und lebensfreude erleben könnt und viele abenteuer erleben könnt auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen komplex ist und ihr auch darauf achten müsst dass andere dadurch nicht verletzt werden aber für euch wird das sicherlich insgesamt schon eine sehr schöne und sehr aufregende phase werden genau so die nächste gute venusphase ist dann wenn die venus in euer partnerhaus läuft in die zwillinge dies vom fünften bis zum dreißigsten juli also das ist eine schöne zeit wo der liebesplanet höchstpersönlich das thema partnerschaften und begegnungen anregt und fördert das ist natürlich immer gut und im sommer macht das natürlich auch besonders spaß und im spätsommer gibt es dann noch mal so eine schöne phase und zwar vom 26 august bis zum neunzehnten september da läuft die venus für euch durch das neunte haus des reisens ist also eine sehr gute zeit um in urlaub zu fahren vielleicht eine urlaubsliebe kennenzulernen und sich zu vergnügen weil die venus ja eben nicht nur die liebe ist sondern eben überhaupt das vergnügen das und dann steht sie auch noch im löwen das ist super toll vielleicht lernt ihr da einen tollen löwen kennen in der zeit also ist eine super phase 26 august bis 19 september steht sie die ganze zeit im guten aspekt zu euch so dann gibt es noch eine schöne phase ab dem 15 oktober da läuft sie bei euch durchs haus der freundschaft das ist natürlich auch immer förderlich für freundschaftsbeziehungen vielleicht wie ich eben schon erwähnte friends with benefits ist dann auch noch mal vielleicht ein thema das mal mit jemand den man eigentlich als freund schon kannte auf einmal im bett landet auch dann gut möglich in der zeit und schließlich und endlich dann die venus in eurem ersten haus also für euch dann persönlich da vom ersten bis 25 dezember also in der weihnachtszeit habt ihr dann besonderen charme und strahlt ganz wunderbar habt eine schöne ausstrahlung und könnt dann falls noch nicht geschehen auch dann noch ganz toll jemand kennenlernen während der zeit der ganzen weihnachtsfeiern also das ist auch noch mal eine super phase für euch genau ja was für euch auch wichtig zu beachten ist ist dass der jupiter am 10 oktober aus der waage rausgeht und damit aus diesem super schönen aspekt für euch eben leider rausgeht aber viele schützen haben ja auch planeten im skorpion da könnt ihr euch ja vielleicht mal schlau machen und das rausfinden oder bei mir eine beratung buchen und dann habt ihr immer noch was vom jupiter genau ja meine lieben schütze geborenen jetzt stelle ich noch mal die venus in 1 1 weil es hier so schön aussieht für euch im dezember das war der überblick für euer jahr mit den wichtigsten liebes- und beziehungskonstellationen und jetzt zu der verlosung unter allen leuten die meinen youtube kanal abonnieren möchte ich ein jahresroskop verlosen 45 minuten im gespräch mit mir und eine cd dazu also falls noch nicht geschehen abonniert doch einfach meinen kanal ist ganz einfach braucht ihr nur draufklicken hier ist auch dann wieder so ein kästchen zu sehen ich glaube hier oder hier das seht ihr ja dann und dann braucht ihr euch da einfach nur zu verbinden und zack habt ihr das abo und die chance an der verlosung teilzunehmen natürlich könnt ihr euch auch euer persönliches horoskop bei mir buchen vielleicht auch ein schriftliches mit texten die ich vorher schon verfasst habe die dann vom computer für euch zusammengestellt werden ein liebes- kosmoskop falls ihr jemanden kennengelernt habt oder einfach mal an meinem webinar antonias sterne teilnehmen also es gibt viele möglichkeiten meinen service in anspruch zu nehmen und ach ja genau ich habe jetzt auch eine hotline da könnt ihr dann also für einen minutenpreis mit mir telefonieren und dafür ruft ihr mich am besten auf einem kundentelefon an also zum normalen festnetztarif und vereinbart einen kurzfristigen termin mit mir das habe ich mir überlegt für alle diejenigen jetzt wirklich nur meine einzelne frage haben vielleicht nur mal ein paar minuten was sprechen wollen das ist dann dafür auch noch eine gute möglichkeit so jetzt wisst ihr bescheid dann wünsche ich euch also ein prickelndes schönes jahr 2017 genießt es und ich wünsche euch alles gute mit den sternen